Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Promi-BB und die Frage, ist das die langweiligste Promi-BB-Staffel überhaupt? Ich habe mich schon festgelegt und muss sagen, ich bin da jetzt nicht so interessiert dran, wer dort gewinnt. Ich habe natürlich auch schon einen Gewinner im Kopf und ich werde natürlich auch die Besetzung und die Kandidaten und die einzelnen Geschichten hier in diesem Podcast besprechen und zu Beginn erstmal die Staffel zusammenfassen. Bislang, wir können auch gerne anderer Meinung sein, ihr könnt gerne unten reinschreiben, ey ich feiere das voll, ich bin einer anderen Meinung. Seht das hier wie ein Frühstückstisch, Mittagstisch, Stammtisch oder whatever, Klatsch, Kaffeetisch, wo jeder seine Meinung sagen darf. Das wollte ich hier sowieso mal so ein bisschen einführen. Ihr müsst nicht immer alles richtig finden, was ich hier sage. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass man hier nochmal drüber sprechen sollte und zusammengefasst kann man sagen, ist die Staffel wie dieses Bild hier sagt. Man sieht hier zwei gelangweilte Kandidaten und genauso gelangweilt ist man auch von der Staffel. Ich weiß nicht, was sich dort Sat.1 gedacht hat. Sat.1 kann auch Trash nicht. Muss man auch ganz offen sagen, dieses Format ist unfassbar öde aufgrund von verschiedenen Dingen. Die Kandidaten erspielen sich dort erstmal ein Budget, kaufen ein und dann müssen sie den Einkauf in den Spielen nochmal verteidigen. Grundsätzlich ist dadurch natürlich so eine gewisse Spannung in dieser Live-Show noch gegeben, wenn man das jetzt so sehen mag. Andererseits wird den Kandidaten oftmals die Nahrung entzogen, also diese Nudeln mit Ketchup und Co. werden dann noch nicht mal mehr den Leuten dort gegeben und dadurch fehlt halt den Menschen dort auch komplett die Energie und man hängt in den Seilen. Und dadurch ist das natürlich auch nicht sonderlich interessant. Dadurch, dass es auch nur diesen sehr einfach gehaltenen, was ich grundsätzlich jetzt nicht falsch finde, aber sehr einfach gehaltenen Container dort gibt, ist da natürlich auch nichts, wo die Leute da mal großartig irgendwas machen könnten. Also es wäre durchaus ja auch interessant, wenn es da irgendwie ein Pool gäbe oder vielleicht doch irgendwie so ein Whirlpool oder keine Ahnung, wo dann die Leute dann drin chillen können und dann da drin irgendwie quatschen oder irgendwie interessante Aufgaben am Tag auf die warten. Dass die da halt auch Streitigkeiten dadurch entwickeln, weil es wird zwar hier und da getratscht, aber Gossip-Faktor war bislang natürlich nicht sonderlich hoch, außer natürlich vom ganz präsenten und präsenten Thema zwischen Iris Klein und Peter Klein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass Yvonne Wölke uns erspart geblieben ist, die ich als unfassbar nervig empfunden habe. Ich fand das auch mit Iris grundsätzlich blöd, aber man muss sagen, vielleicht die Szene dieser ganzen Staffel war dann das. Ja, da hat man dann doch irgendwie gesehen, dass beide ja irgendwie ganz niedlich dann und wir sich nochmal umarmt hatten und ja so 20 Jahre Ehe, wie auch der User schreibt, 20 Jahre Ehe nicht abrupt, das dann ganz schön geendet ist und beide auch nochmal miteinander sprechen wollen und ja, das war ja nochmal so das Highlight dieser doch recht langweiligen Staffel für mich, muss man sagen. Auch wenn ich beide natürlich auch kritisch gesehen habe hier und ja, Team Peter insgesamt war, muss ich sagen, fand ich das nochmal einen ganz schönen Moment, wo beide sich umarmt hatten und er flüsterte in ihr Ohr, alles wird gut, Schätze laden. Ja, und man merkt und wie in ihren Blicken, ja, gibt es überhaupt Mr. T oder hätte sie sich vielleicht auch gewünscht, den Peter nochmal zurückzugewinnen. Also ich glaube, der Peter war da nicht ganz so verkehrt anscheinend, aber die hat anscheinend keinen Bock mehr auf sie und ich kann es auch verstehen, weil zum Teil war sie schon sehr fies. Und nun gut, ja, diese ganze Geschichte mit Iris Klein und Peter Klein hat sehr, sehr, sehr viel Raum bekommen in dieser Staffel und ich muss sagen, ob das jetzt so gut war, wage ich zu bezweifeln. Denn Promi-BB ist natürlich immer auch davon abhängig, dass diese ganzen Kandidaten auch ein wenig Raum bekommen, um sich zu zeigen, um auch Erzählungsstränge, um Charakterzüge kennenzulernen und sich dann auch überhaupt mit den Leuten identifizieren zu können. Ja, das wurde in der ersten Staffel super gemacht, da haben fast alle irgendwie im Anschluss an diese Staffel, ja, zum Teil Karrieren gemacht, beziehungsweise waren hier und da zumindest noch im Gespräch und da haben die es irgendwie geschafft, auch alle mal so ein bisschen zu zeigen. Ja, und jeder hatte da seine Momente und man hat dann drüber gelacht, über die einfachsten Dinge, die dort passiert sind, einfachste Unterhaltung waren dort, weil es halt ganz neu war und, ja, bahnbrechend damals als TV, als Reality-TV uns gezeigt wurden. Das hat man sich vielleicht auch über die Jahre, über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, so ein bisschen satt gesehen, man muss jetzt überlegen, das ist jetzt 23 Jahre her, der ganze Bums mit Jürgen und funktionierte das damals, ja, funktioniert das heute, ich weiß es nicht. Ja, das Fernsehen hat sich weiterentwickelt, die Leute haben nicht mehr so eine Geduld vom Fernseher, viele schalten auch schnell mal um oder schalten den Fernseher erst gar nicht mehr ein und, 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 das sind alles so Dinge, die, glaube ich, nicht bedacht wurden, ja, bei diesem Format. Das Format ist auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, das könnte man beim Dschungelcamp und so weiter auch sagen, auch dort muss man gucken, dass man vielleicht den nächsten Step macht, ja, vielleicht auch guckt, wie könnte man das ein bisschen spannender machen in Zukunft und wie kann man den Cast auch spannender machen. Im Prinzip kann man eine Sendung leicht aufbauen, wo die jetzt sitzen, ob irgendwo in der Schneehütte oder an einem Strand oder in so einem Container, ist im Prinzip egal, wichtig ist der Cast und was die sich beim Cast gedacht haben, verstehe ich persönlich nicht. Und dann gehen wir jetzt mal von links oben, hier gleich zu Beginn legen wir los, Ron ist auf YouTube groß, funktioniert mit seinen Tornados, funktioniert im Stream, hat seine feste Zuschauerschaft, hat sich da was aufgebaut, aber in diesem Format, Promi BB hat man auch gemerkt, nach einer Woche hatte der auch nicht mehr so richtig Bock. Und spannend war es für den jetzt, glaube ich, auch nicht und der hat auch, glaube ich, nicht so funktioniert, wie seit eins sich das vorgestellt hat, denn der große Partyhengst kann natürlich auch nur der große Partyhengst sein, wenn auch Partys stattfinden und wenn da halt nie Partys stattfinden, dann ist es halt langweilig und die Partys waren selten. Vielleicht sollte man überlegen, dort mehr Alkohol auszuschenken, dann sind die Leute so ein bisschen perfide gedacht, aber vielleicht ein bisschen lockerer und er hätte dann auch das, was er kann, zeigen können, das Saufen und Feiern und gute Laune haben und der Tornado und Co. Sonst funktioniert es halt im Trash-TV dann auch nicht und ist nicht so spannend. Nihilis ist im Prinzip auserzählt, eine eifersüchtige Frau, die natürlich nicht den besten Ruf genießt, Jimmy Blue, die Ohrfeige beim Bachelor und, und, und. Dann jetzt auch die Trennung vom Yannick, die auch nicht so ganz sauber gelaufen ist und man kann nur sagen, Yassin, pass auf, ich glaube, du bist sonst der Nächste. Ja, und, ähm, das Getratsche geht ja innerhalb des Hauses auch so ein bisschen los, aber es ist nicht spannend genug, um mich jetzt da am Bildschirm zu halten, ja. Ne Paulina, vielleicht hat man sich erhofft, okay, Paulina buchen wir, weil, äh, Yassin und Jelis ja diese Liaison anscheinend haben und dann gibt's da vielleicht Getratsche und Gekeife. Hat nicht so funktioniert. Ne Paulina hatte aber ihre Momente, muss ich sagen. Ich fand den Moment recht schön, wo sie Philo zur Seite stand, als der rausgewählt wurde, hat sie gesagt, findet sie eine Sauerei. Und sie wurde ja auch mal von Jürgen sehr furchtbar angegangen und, ähm, das waren so ihre Momente und, ähm, ich hab sie sonst eher als Drama-Queen und, und so, Dating und, wie Jürgen sagen, wurde Bumsformaten kennengelernt. Und ich fand es jetzt mal ganz erfrischend, auch zu sehen, dass sie eigentlich so eine, glaube ich, ganz liebe Frau ist, ähm, die aber durchaus das Drama gebucht hat und vielleicht dort vielleicht auch gucken sollte, ob sie das auf Dauer so sein möchte oder vielleicht dann nicht eine andere Karriere einschlägt die nächsten Jahre. Dann kommen wir zu Shisha-Bar, die Lara, sag ich jetzt, weil sie ja in der Shisha-Bar gearbeitet hat und weil es ja dieses Meme gibt, ähm, ja, sie ist eine Sabbeltante. Ich kann ihr meistens nicht so folgen, sie wird irgendwie von den Moderatoren sehr in die, ähm, in den Himmel gelobt. Ich verstehe es nicht. Ja, vielleicht soll sie gewinnen. Sie hängt ja auch mit Aaron Troschke, der schon mal gewonnen hat, ab und ist die Frau von, ähm, einem Fußballprofi, ähm, der ja auch schon in der Sendung war, äh, Max Kruse. Und ich weiß nicht, also, die Leute sagen, oh, die funktioniert ja so gut im Trash-TV und oh, die wollen wir wiedersehen. Also ich muss sagen, ich hab mich satt gesehen in den paar Tagen. Also viel zu erzählen hat sie jetzt auch nicht und wenn sie den Mund aufmacht, kann ich auch drauf verzichten, dass was rauskommt. Ist jetzt nicht so spannend. Kann vielleicht privat auch ganz nett sein, äh, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu fies werden, aber spannend finde ich sie jetzt nicht, ja. Also ich fand das auch ziemlich übergriffig, als sie dann meinte, äh, zu, ähm, Patricia, ja, dass der Patricia so unspannend sei. Also Patricia fand ich sogar, hatte ihre Momente, das hab ich gar nicht verstanden, warum die dann als erstes rausgeflogen ist, ähm, die fand ich eigentlich ganz lustig in diesem Format. Ähm, hat sich mit den Leuten unterhalten, hat ein bisschen Gossip verteilt und, ja, ich find, die wirkte wesentlich reifer als in anderen Formaten. Und ich fand es sehr übergriffig, dann zu sagen, ja, du bist ja langweilig, also wer ist sie denn, ja, also Entschuldigung. Aber wenn man den IQ über Zimmertemperatur hat, dann kann man über die Lare auch nicht länger als fünf Minuten lachen. Ähm, und, ähm, ob man dann auch noch mit ihr lacht oder über sie ist halt auch immer so eine Frage, ne. Also, ich würde eher sagen, dass die Leute über sie lachen, weil sie ja teilweise ohne Punkt und Komma da Monologe hält, die teilweise nicht mehr Sinn ergeben, wo ich auch sage, mein Gott, halt doch mal die Klappe, ey. Oder wo ist der Stopp, äh, oder Pause-Button. Aber gut, dann kommen wir zu Manuela, ist rausgeflogen, ähm, ja, war halt da, ne, aber ist die euch positiv aufgefallen? Nein, ich weiß es nicht. Ähm, dann kommen wir, äh, zu Dominik. Dominik findet statt, aber ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der, der, der ist Harmoniemensch. Ja, ich glaube, der würde es, ich würde es so ähnlich machen wie er dort, der eckt jetzt nicht großartig an, macht hier und da mal einen Spruch, sagt aber auch eine Iris, wie er so manches findet oder empfunden hat. Äh, hat er seine Leute, ähm, und, ja, ist halt da, aber muss man ihn jetzt buchen für weitere Formate? Ich würde sagen, nein. Philo fand ich okay, ähm, aber ist jetzt halt auch nicht so spannend, weiß ich jetzt auch nicht, wie man auf ihn gekommen ist, hatte natürlich da seinen Moment mit dem Zaubertrick und, ja, kam mit den Leuten da, glaube ich, ganz gut klar, aber ist jetzt auch nicht so spannend gewesen, ja, als Personal. Peter, wie gesagt, haben wir genug gesagt mit Iris Klein, ähm, wirkt nicht so, als hätte er jetzt sonderlich Lust gehabt, äh, auf dieses Format. Also, wenn ich jetzt ihn da so sehe, klar ist er 56 und man hat wenig geschlafen und wenig gegessen, aber, ja, er ist halt sehr, sehr ruhig, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, es gibt auch, ja, Leute, die, wenn sie dann was sagen, hat das dann, ähm, ja, und wie Hand und Fuß und dann fällt das gar nicht so auf, dann haben die doch noch ihre Momente, aber, weiß ich nicht. Also, es ist irgendwie, äh, schon ein bisschen Valium mit Ball bei seiner Personalie, also, es ist halt schon sehr öde, ne? Ja, und, ähm, dann kommen wir zu Matthias. Matthias ist natürlich berühmt, berüchtigt in solchen Trash-Formaten, funktioniert dort auch als Tratsch und Lester-Queen, hat irgendwie auch was ultra-bösartiges, so im Blick und in der ganzen Mimik. Und wie er halt auch so redet, der hat jetzt gerade so ein bisschen den Höhenflug, weil er natürlich Iris rausgeworfen hat, wo ich sogar ein bisschen dankbar bin, also, ich fand es auf jeden Fall auch gut, dass Iris jetzt relativ zeitnah auch rausgeflogen ist, muss ich sagen, als einer der Ersten. Aber, ach, ich weiß nicht, also, den gönne ich jetzt auch den Sieg überhaupt nicht, muss ich sagen und ist für mich absolut unsympathisch. Also, ich kann es jetzt nicht nachempfinden, dass manche ihn jetzt total sympathisch finden und er hat sich ja weiterentwickelt und was ich bei Twitter da gelesen habe, da wurde mir auch ganz übel. Ja, Jürgen Milski, die Enttäuschung der Staffel. Irgendwie schade, dass Slatko und Jürgen, die man so mochte in der ersten Staffel, beide bei Promi BB nicht funktioniert haben und anscheinend irgendwie verbittert sind in irgendeiner Weise. Und ich habe nichts dagegen, wenn Jürgen sagt, ey, so, Paulina, fahr dich mal runter, wenn sie ihn jetzt blöd anmacht, aber wenn Paulina sagt, ey, du bist mir ein bisschen zu laut und deswegen habe ich dich nominiert oder das möchte ich dir jetzt einfach mal sagen, als grundsätzliche Kritik. Und er flippt dann komplett aus und macht sie dann so zur Sau, weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Also, da sollte man als 46, nee, 46 wäre ja noch gut, 60-jähriger Mann dann auch drüberstehen. Beide haben sich dann aber auch ausgesprochen und sich die Hand gereicht. Also, ich glaube auch, dass der nicht unbedingt damit gerechnet hat, zu früh rauszufliegen, aber der hat sein Geld gemacht und seine Millionen und, ja. Schade halt aber nur, dass Promi BB für ihn auch überhaupt nicht funktioniert hat und er da auch nicht das zeigen konnte, was er vielleicht wollte, muss man ja auch ganz offen sagen. War auf jeden Fall für mich die Enttäuschung, weil ich dachte, okay, das ist doch der Favorit, so hat er sich selbst auch gesehen, aber da muss man halt auch abliefern und irgendwie so ein bisschen sympathisch wirken. Aber er hat sich mit diesem ganzen von oben herabgequatsche gegenüber Paulina und auch generell mit seinen Äußerungen ins Aus geschossen. Wo man aber auch bei Paulina sagen muss, die hat ja auch gesagt, ja, 50.000 Euro Gewinnsch, das ist ja gar nichts nach der Steuer. Ja, also ich finde, 50.000 ist ein sehr, sehr gutes Jahresgehalt und das finde ich dann auch so ein bisschen unangenehm, wenn man sich da so arrogant gibt. Ja, Iris hatten wir besprochen, Patricia haben wir besprochen, kommen wir zu Marco. Ja, ihr merkt jetzt vielleicht an meiner Pause, Marco ist mir jetzt auch nicht so richtig sympathisch. Er ist halt im Prinzip eigentlich dieser typische Kandidat, wie auch Menderes und Co. In jeder Staffel gibt es so einen, der, oh, ich kann das nicht, ich weiß nicht und, oh, ich bin so unsicher und keine Ahnung. Und das wirkt dann für die Leute sympathisch und die Leute haben Mitleid, aber der weiß ganz genau, dass der vier Millionen Follower hat, die dort auch abstimmen, die bei TikTok ihn nicht umsonst als einer der Influencer, die da auch diese Wildcard hatten, gewählt haben. Und da waren einige große Influencer damit bei, die er ausgestochen hat. Also der weiß ganz genau, dass er, und das sage ich euch jetzt, höchstwahrscheinlich gewinnen wird aufgrund dieser Mitleidsbonusgeschichte und aufgrund seiner großen Reichweite und ja auch Fanschaft, die er hat durch seine Clips. Und dadurch, dass viele mit ihm Mitleid haben, ist er so der Sympathieträger für manche. Ich muss sagen, ich habe mich dann nach ein, zwei Tagen echt satt gesehen und ich dachte, vielleicht kommt da nochmal irgendwie was anderes. Dann kam ja dieses Outing, wo man dann auch drüber sprechen könnte, ob das jetzt wirklich diese Verunsicherung von ihm so war, dass er da nicht akzeptiert werden würde. Also da hat der Vater ja total toll reagiert. Weiß man jetzt auch nicht, ob das jetzt alles so kakül ist und der ganz genau weiß, okay, damit schaffe ich irgendwie Sympathie oder ob das jetzt wirklich seine Angst war. Ich weiß es nicht. Ich bin mir bei ihm unsicher, inwiefern er wirklich so unsicher ist oder ob er wirklich auch mitunter, ja, manches mit Kalkül macht. Ja, also geplant, vielleicht auch gewisse Dinge macht. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt gegen ihn nichts, aber ich finde ihn jetzt auch nicht spannend und muss ihn auch nicht in anderen Shows noch sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist jetzt so meine Quintessenz aus den ganzen Kandidaten. Zu jedem habe ich so ein bisschen was gesagt. Und für mich ist das die langweiligste Staffel, weil halt nichts passiert. Es passiert nichts Spannendes, kein spannender Gossip. Diese Geschichte mit Iris Klein und Peter Klein, wenn man die sich jetzt noch wegdenkt, ja, was wäre denn jetzt da passiert? Außer, dass die da nichts essen und nichts trinken und es ein paar Unterhaltungen gibt, die dann vielleicht von Jelis in Richtung Yannick so ein bisschen falsch aufgenommen werden konnten. Oder, ja, die Lara, die da irgendwelchen Quatsch redet. Oder Matthias, der sich jetzt für den großen Star hält. Weiß ich nicht. Da ist jetzt nicht viel hängen geblieben. Da waren jetzt keine Szenen, wo ich gelacht habe oder mich gefreut habe großartig. Wie gesagt, die Szene der Staffel war dann wirklich, ja, wo man, ob man sie jetzt mag oder nicht. Und wie gesagt, ihr kennt meinen Kanal, dass ich Iris Klein jetzt nicht großartig sympathisch empfunden habe die letzten Jahre. Aber das fand ich so ganz niedlich, ja, so eine 20 Jahre Ehe und beide irgendwie so ein bisschen angefasst und mit Tränchen im Auge. War doch so ein ganz schönes Ende und damit hätte man jetzt auch die Staffel, finde ich, beenden können, anstatt hier so weiterzumachen. Aber so geht das wahrscheinlich die nächsten Tage weiter. Marco wird dann der langweilige Sieger werden. Vielleicht passiert aber auch noch ein Wunder. Aber wen gönnt man es da sonst noch? Wem würdet ihr das jetzt gönnen? Also Matthias auf jeden Fall nicht. Na, Jelis nicht. Vielleicht noch Paulina. Vielleicht noch ein Dominik. Vielleicht Peter aufgrund seines Alters. Hat ja auch niemandem was getan. Aber Matthias auf jeden Fall nicht. Die Lara gönne ich es auch nicht. Wahrscheinlich, ja, der Mann hat Multimillionen auf dem Konto. Brauchst wahrscheinlich am wenigsten von allen. Und Marco, vielleicht als junger Butschi, soll das meinetwegen gewinnen. Aber weiß ich nicht. Das ist mir halt, der hat halt keinerlei Profil. Und das langweilt mich dann halt auch recht schnell. Also das wird hier das Thumbnail werden. Sei es drum. Das soll es dann für heute schon gewesen sein. Wir sehen uns dann hoffentlich am Abend um 20 Uhr beim Livestream. Und dann talken wir natürlich auch noch ein bisschen über Promi BB und den ganzen Gossip drumherum. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.